Wandern im Lothenbach-Klamm, Wandern im Schwarzwald, im Hochschwarzwald ganz genau gesagt. Ja, ich war vor zwei Wochen in einem Hotel im Hochschwarzwald und ich habe nach einer Wanderstrecke gefragt und mir wurde empfohlen, der Lothenbach-Klamm dem zu wandern. Und ich muss zugeben, ich hatte nicht ganz die passenden Schuhe an, weil ich hatte so kleine Sneaker an und die haben gesagt, mit den Schuhen kannst du nicht so gut laufen und es ist auch gerade ein bisschen feucht gewesen. Aber ich bin dann trotzdem damit gelaufen und ich will sagen, vorher schon mal das zu mal gespoilert. Es geht, aber es ist vielleicht trotzdem nicht ganz ideal, also ich empfehle euch allen, lieber Wanderschuhe zu nehmen, weil die Wege können doch recht glitschig sein auf den Stein, wenn es gerade geregnet hat. Der Lothenbach-Klamm, man fährt zur B315 und dort gibt es einen Parkplatz, den zeige ich euch gleich mal bei Google Maps. Und zwar sieht das Ganze so aus, hier ist der Parkplatz Wanderpark, Parkplatz Lothenbach-Klamm und wer es genau sehen möchte, das befindet sich zwischen Gündelwangen und einem anderen Ort, der heißt Bonndorf und genau auf der halben Strecke ist der Wanderparkplatz Lothenbach-Klamm und es geht vom Parkplatz hier rein, ein kleiner, ein winziger Weg. Ich zeige euch das mal hier, man sieht es fast gar nicht, da gibt es eine kleine Tafel an dieser Stelle und dann geht es rein in diesen Klamm und man wandert diesen Klamm dann entlang bis zur Wuthanschlucht. Den haben wir nicht, die Wuthanschlucht haben wir nicht mitgemacht, aber was ich euch an dieser Stelle schon mal jetzt empfehlen möchte, ist die Schattenmühle. Dort gibt es ein wunderschönes Restaurant und dort kann man wunderschön essen und auch es gibt eine wunderschöne, bleibt schon mal im Klop, wunderschön, eine wunderschöne Schwarzwälder Kirschtorte, die man echt empfehlen kann. Ja, spannend ist noch, man läuft ja dieses Tal lang und es gibt zwei Möglichkeiten in diesen Tal einzusteigen, in diesen Lothenbach-Klamm A am Wanderparkplatz Wuthanschlucht, das ist hier unten oder oben. Das heißt aber auch, man muss wieder zurücklaufen, die gleiche Strecke und dieser Rundweg, der hier oben lang führt, der war letzte Woche, zumindest vor zwei Wochen, gesperrt. Das heißt, wir mussten hin und zurück die gleiche Strecke wählen. Ja, was ist das Besondere daran? Man läuft durch ein Flusstal. Die Wege sind so, dass man, oder durch eine kleine Klamm, wie man es so schön genau sagt, die Wege sind sehr schmal, das heißt, man muss sich auch in Zeiten von Corona ganz, ganz eng begegnen. Man muss auch mal warten aufeinander. Der Belag ist, wie ich vorher gesagt habe, ein bisschen steinig. Der ist manchmal auch ein bisschen flacher, da gibt es auch ganz normalen Erdbelag. Dann gibt es auch Holzbrücken, über die man über den Fluss geht. Und es gibt auch zum Teil einmal zumindest auch eine Metalltreppe, die man so gemacht hat, um den Abstieg ein bisschen besser zu machen. Das heißt, ganz gemischt, aber in der Regel finde ich gut wanderbar. Allerdings haben wir auch zwei, drei Leute getroffen, deshalb war ich ein bisschen nervös, die vorher gesagt haben, nein, durch die klitschigen Steine laufen sie den Weg nicht, sie haben nicht das richtige Schuhwerk an. Also trotzdem nochmal der Hinweis, vorsichtig laufen und wenn man nicht die richtigen Schuhe hat, vielleicht dann doch lieber warten, bis man die richtigen Schuhe mit hat. Bei mir, wie gesagt, ging es. Ich habe die Kamera mit dabei gehabt. Wir zeigen euch ja Bilder. Es gibt wunderschöne Wasserfälle zwischendurch. Es gibt sehr einsame Wege. Und das Ganze läuft man in 35 Minuten. Und wenn man also vom Parkplatz, wie ich es euch gezeigt habe, läuft, dann wieder zurückläuft, ist man halt ungefähr eine Stunde und zehn Minuten unterwegs. Das heißt, das Ganze noch angereichert durch eine schöne Schwarzwälder Körschtorte, die man gefühlt nicht ablaufen kann während dieser Zeit. Macht es aber trotzdem einen schönen Nachmittag aus, weil der Weg ist sehr schattig, kommt wenig Sonne durch und das passt eigentlich sehr gut. Also das ist mein Tipp für den Schwarzwald, den Lothenbach-Klamm. Es schließt sich danach an die Wuthanschlucht, über die ich viel Gutes gehört habe, die ich aber noch nicht selber besucht habe. Das werde ich beim nächsten Mal machen und euch vielleicht auch die Empfehlung, wenn ihr da Tipps habt, wo man noch dort wandern kann, schreibt es einfach mit dazu. Ich finde diesen Weg sehr, sehr schön und es ist jetzt auch für Einsteiger bei schönem Wetter ist es angenehm mit 35 Minuten Weg. Aber wie gesagt, man muss den Weg wieder zurücklaufen bei Parkplatz, entweder auf der einen oder anderen Seite. Bis dahin sage ich vielen Dank und eine schöne Zeit euch. Danke.